Ich habe mein Gesicht gerade gereinigt mit dem neuen Schaum von Ben Manuels und ja, bin super zufrieden. Also die Haut ist richtig sauber und fühlt sich richtig schön angenehm an. Besonders hervorheben kann, ist es auf jeden Fall Skin Longevity. Es fühlt sich mega gut auf der Haut an und es riecht wunderschön. Es war ein Wow-Moment, als ich es zum ersten Mal auf meiner Haut gespürt habe. Das Serum? Ah, Bombe! Ich liebe dieses Serum. Die Haut fühlt sich danach so frisch an. Das hat auf jeden Fall mein altes Serum abgelöst. Also ich finde, das Produkt ist gut und ich werde es mir definitiv wieder kaufen. Durch die Pflegelinie war es irgendwie frischer, beruhigter, schöner. Es riecht so schön. Es ist wie ein kleines Wellness-Erlebnis. Ich werde sie auf jeden Fall holen und umsteigen, weil wenn ich jetzt schon nach ein paar Wochen den Unterschied merke, will ich gar nicht erst wissen, wie es ist, nach ein paar Monaten. Super, super cool. Ich freue mich mittlerweile jeden Morgen und jeden Abend darauf, mir das Gesicht zu waschen. Man fühlt sich halt wie neu geboren, wenn man das alles benutzt. Und wenn meine alle sind, werde ich sie auf jeden Fall nochmal neu kaufen. Vielen, vielen Dank. Bis dann, Ben Manuels. Tschüss! Tschüss! Tschüss!